Willkommen zurück zu einer Wartnerrunde Leak heute mit Claire, Laura, Technics und mit Chris und ich spiele heute den neuen Champion, nämlich Gin. Den habe ich schon gestern onstream mal gezockt, ein Game. Gin Tonic oder wer? Ja genau, Gin Tonic. Ja, Gin Tonic. Der wurde heute ja ratetlich zum ersten Mal, aber... Ne, bestimmt nicht. Glaube ich auch nicht. Ne. Und ja, der Champion ist eigentlich ganz cool. Man muss nur ein bisschen üben mit ihm. Vor allem dieses Nachladen-Story wieder, ähnlich wie bei Graves, ist teilweise ein bisschen nervig. Der läuft zwischen Swaggy. Guck mal, wie Swaggy der läuft. So läuft der übrigens auch, wenn der Leute anknallt. Vor allen Dingen so läuft der, wenn der auch Leute abknallt, ne? Das ist das Geilste. Ist ja richtig nebenbei, so Drive-By. Jetzt fickt er die Leute weg. Ne, Chili-Milli. Siehst du nicht meinen coolen... Was ist das eigentlich, ein Poncho? Das ist, glaube ich, kein Poncho, oder? Das ist die übelste Schulter, ey. Ja, weißt du, warum der so eine Schulter hat? Weil der Hard-Carry, der Champ. Der ist halt trainiert. Weil die alle, die hat er bisher immer auf der rechten Schulter getragen. Ja, der hat halt einen Rücken wie ein Stier. Und eine Schulter, natürlich. Aber nur die rechte. Weil die linke, da schießt er ja. Die rechte, das ist die Carry-Schulter. Gerade auch ein Robot-Arm, damit kann er die Beste festhalten. Ja, Laura freut sich auch bestimmt wieder riesig. Mit einem neuen Champ of the Lancers sein. Und wundert euch übrigens nichts über, nicht über das Cancer-Mikro von Laura, die... Hat Schatau eigentlich neues Mikro aus? Alter. Schon wieder? Hört doch eigentlich nie auf, der Witz. Ich weiß nicht. Alter, mir fällt gerade ein Wortwitz ein, ne? Von dem Schild kann man hier auch... Schild! Tonic, wachen! Was war denn das für ein ekelhaftes Geräusch, Alter? Hast du eigentlich einen Gehirntum? Lass dich doch schrecken. Ah! Sag mal, du musst ein bisschen aufpassen. Der letzte Schuss, ne, vom Gin, siehst du ja, diese lila Anzeige da, ne? Der macht immer ein bisschen mehr Damage. Also eins war technisch mal die Spiele, Leute. Und der kriegt dann Speed-Buff. Bei mir ist die Rot, aber... Ja, du bist irgendwie leise bei mir. Ja, bei mir ist die Lila halt. Ja, weil du mich leise gestellt hast. Du hast den Farbenbildmodus ja nicht an, oder? Also bei mir ist die halt die Lila. Ja, möglich. Ich bin jetzt schon auf den Piss. Kann mir eigentlich für einen Jungler. Oh, herrlich. Oh, endlich mal die englischen Sprüche. Wer geht hier auf den Sack? Chris? Galio. Verstehe ich gar nicht. Galio ist doch voll der angenehme Champ. Kappa. Netto habe ich gehört. Bamm. Ich habe übrigens die krassesten Sniper-Künste, die ihr jemals in eurem Leben sehen werdet. Gehen wir doch mal Galio kurz töten, oder? Selbst davon. Alles klar. Ich bin dead. Ja, Laura, weil du gut gespielt hast. Danke. Graves uninstall. Hä? Warum? Warum fläten der dich, wenn der stirbt, Alter? Was ist das für ein Anti-Made? Ja, er braucht Hilfe. Top-Laner, die Hilfe brauchen. Sind doch Noobs, oder nicht? Ach ja, stimmt, ja. Wurde irgendwas von Tenis gesagt? Alles zu, was? Hä? Du hast von Tenis verstanden, Alter. Du hörst einfach komplett... Ja, Alter. Du verstehst... Geh mal echt zum Arzt, ohne Witz. Ich glaube, du hast echt einen Tumor. Das ist echt nicht witzig. Das hört sich nicht gesund an, was du da teilweise hörst für Sachen. Äh, ne? Okay, er hört die ganzen Tage nur Weihnachtsmusik und Penis in seinem Ohr. Oh, yeah. Oh, fucking yeah. Bitches. Oh, yeah. Geht unten mal Level. Oh, ja. Der Bartheer hat's drauf. Aber das ist so nervig, ne? Wenn man gerade den Cannon nehmen will und dann nachladen muss, ey. Boah. Ja! Das, Ari. Der W-Spell ist echt nicht so leicht zu treffen bei Gin. Tonic. Oh, shit, ey. Wo kommt der her? Ah, Fields, Batman. Lissinus, äh, Marseillis, top übrigens. Oh, leil. Der hat mich sogar noch krank. In diesem Skin hat der Gangclank den höchsten Stiernacken, ne? Der hat vor allem übelst den kleinen Kopf. So wie Clur. Ja, so kleinen Kopf und die übelsten Unterarme wie Popeye. Oh, sorry. Das war vielleicht ein bisschen selbstbewusst. So, okay. Bam. Ich hab'n Kill rausgeholt. Easy. Der letzte Hit von Gin ist einfach so sick. Hm. So, ich bin am überlegen. Ich glaube, ich werde tatsächlich auf Essence Reaver gehen. Eigentlich wird hier auch Infinity Edge vorgeschlagen, aber ich glaube, Essence Reaver ist tatsächlich besser für den. Weil mit cooldown reduction macht der Champion, glaube ich, extrem viel. Der Peric hat schon gewieft. Die Tod ist sicher. Aber es muss nicht schrecklich sein. Hello, it's Creme. Ich glaube, dieser Creme-Typ ist irgendwie Salzberg Main. Der kommt aus, der kommt aus Salzberghausen. Ja, ja. Salzburg, meinst du denn da? Ja, ja, Salzburg. Vielleicht auch aus Salzgitter, oder? Da musst du dir, wenn du ein Streamer aus Salzburg bist, Alter, oder Salzgitter, da musst du dir auch noch scheiß Sprüche anhören, ey. Ich bin im Besitz meiner ultimativen Fähigkeit. Oh, ich muss aufpassen, ist ja Level 6 hier, ein Kollege. Können wir noch ein bisschen chillen? Ja, wenn du willst. Ja, du kannst auch engagieren, aber... Nö, die trauen ich ja eigentlich. Ist halt ein Bart. Die Rosen immer wegfliegen, ja. Oh mein Gott, war das eine gute Idee. Also, da kann ich auch nicht mehr hin. Nö, das war meine eigene Schuld. Alter, wie lange die einen aber auch festhalten können, ne? Das ist Wahnsinn. Also, er kann ne Trap auf mich legen, ein W-Spell, mach mal nix. Warte, ach so, der Technos da. Was hab ich mit meiner Map-Mwareness, Alter? Das ist schön. Also, ich muss sagen, der Permasnair ist echt übel strong, Alter. Von den beiden Champs. Das ist echt fies. Das macht ja nix. Dann geh ich mal Drakon eben. Der fühlt sich so klumpig an, der Champion, ne? Holy fuck. Alter, hätte ich Digneit, ne? Weil die Alte schminkst tot. Ja, der gegnerische AD Carry hat aber auch nur 30 Farms, so. Also, wenn ich da nicht, wenn ich nicht da so rein Yolo und würde, dann würde der, glaube ich, auch nix mehr machen. Aber na ja. Man gönnt sich ja sonst nix, ne? Äh, ich muss weggehen, ne? Kriegt ihr den? Der, äh, der Gin kommt zu euch, ne? Ja, das macht nix. Ich weiß nicht, ob das nix macht. Warte. Ich halte ihn noch mal fest. Bist du auf, Laura? Oh Gott. Und raus da. Jo, tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Alles klar. Was hast du gesagt? Klö, du hast deine Mitlein, aber auch nicht unter Kontrolle, ne? Hä? Ich hab die Ari doch getötet. Hier direkt drauf eingeht, auf den Troll. Das hab ich so, keine Ahnung. Lassen wir hier nicht wieder am Ende unterstellen, ich war hier der Scheiße. Ja, ja. 40 Minuten game, 20.000 Damage, wer bin ich? Klö ist der einzige Mitlein, der nie Damage macht. Safe call. Safe call. Wollen wir mal gucken, ob er am Ende je mehr Schaden geräuchert hat, du pussy. Hm, das machen wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin da, Laura. Klö ist eigentlich wert, einen Blubuff zu kriegen? Ich weiß ja nicht. Ja, du kannst doch ruhig mal einen Blubuff geben, dem Boy. Na, komm mal ran. Der spielt doch seine Midlane well. Bummer. Boah, das Lachshitten ist so ätzend, ne? Wenn du halt immer nachladen musst, ist das echt reulich. Na, du hast es Klö. Warum holst du ihn? Dann tu mir doch mal rein. Fettenreaktion hier. Bam, bam, oh, Alter, ey. Was ist passiert? Nix. Er freut mich. Einfach abgeknallt im Fuld. Oh Gott, ich bin tot. Ja, den Blubuff zu nehmen hat mich ja nur die halbe Million-E-Welt gekostet jetzt. Ein Ding. Das liegt ja nicht an mir. Du überlebst das was? Was ist ja okay. Da war ich doch. Ja. Flieg mal eben schnell dahin und hol mir den, ne? Jo. Oder du holst du den. Was ist denn das für Nied, die rote, Alter? Aber deinstalliert mal bitte. Ja, okay. Jo, tschüss, Klö, ne? Gut, dass du ein Glover fahrtest. Ja, Alter, what the fuck. Hä, Alter, what the fuck? Alter, ja, what the fuck. Alter, what the fuck. Ich bin mit Lander, warum soll ich Worts stellen? Alter, what the fuck. Alter, fuck. Geultet? Guck mal, wie der Gali mich auch noch disrespektet und sagt, Wut mit. Hallo, hat der, der geultet? Ja, die haben alle geultet. Also ohne Ulti hätten die mich aber auch nicht bekommen. Nice, Tarek. Ah, damn it, Alter. Können den killen. Nice. Ah. Sehr gut. Die haben wir gefickt. Wir haben richtig hart aus dem Mann gefickt. Die Ulti, die fühlt sich einfach so geil an bei Gin, ne? Ich weiß nicht. Holy fuck. Das macht richtig Spaß, die zu benutzen. So, 23%. Cooler Reaktion. Warum habe ich denn so... Ach, ich habe einen Blue Buff. Hä, aber warum habe ich denn... 20%? 13% kriege ich durch die Hände? Hä? Verstehe ich nicht. Warum denn 13%? Ach so, wegen dem... Ah, ja, 10% geben. Ja, ja, logisch. Logisch. Das macht Sinn. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. 40 Sekunden, dann habe ich wieder meine Ult. Ja, Ari, das wüsste, ne? Hopp, das schmeck dir, du hoe. Das ist so krass, dass der Champion einfach so viel AD bekommt, ne? Irgendwie, wenn du Attack Speed baust oder Crit. Lass dich mal da. Äh, Jeeva hier oben, ne? Du hast ja gleich Ult. Ham gehen. Äh, Laura? Ja? Ja, da, auf klar. Ja, jemand hat gesagt, ich soll Ham gehen, da bin ich Ham gegangen. Äh, der meinte nicht dich, Laura. Doch, jemand hat gesagt, ich soll Bot Ham gehen. Ich habe zur Technik gesagt, ihr könnt Ham gehen. Na gut, okay, Ult raus. Ich bin auch Ham gegangen, war schön. Ich habe meine Ulti übrigens noch für die Botlane, ne? Wenn ihr da irgendwie das Ding machen wollt. Ja, ich wollte, aber perlose mich. Da komm ich Birdlane, dann können wir da bleiben. Nevermind. BAM! Go, Laura. Jetzt kannst du ein Go machen. Jetzt läuft doch noch der. Mach go! Nee, komm, go. Er ist noch hochgeworfen, alles safe. Nein, na. Wie stolz sie ist, wenn sie als Support in Hilfe kommt. Unglaublich, die Laura. Anti-Mate. Wo, Turm einreißen oder würde ich stehen lassen? Ja, können wir einreißen. Boah, die sind nachladend scheiß, ne? Boah, da fühlt sich so, keine Ahnung, mega weird. Oh, naja. Jetzt hättest du irgendwie gar keine Tag Speed. Ganz merkwürdig. Jetzt hättest du so irgendwie gar keine Tag Speed mehr, also. Ich möchte jetzt ja nichts sagen oder so, oder anmerken, aber ich glaube, Finn hat keine Tag Speed. Ach, Clure, du bist echt ein Intelligenzbolzen, Alter. Der Clure macht sich immer so... Der macht sich so beliebt immer, der Clure. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte auch mal Bock auf LAN-Party mit Clure. Einfach nur, damit ich ihm alle zwei Sekunden eine schallern könnte. Ja, bitte einfach mit Grafikkarte aus dem Rechner. Eine LAN-Party mit Clure? Nee, hä? Der kann doch... Der darf doch nicht raus. Das ist verboten. Er kann kein Geld für das Blame. War das nicht so? Sonnenlicht tötet doch Clure, oder nicht? Oder... Und genauso wie Wasser. Wasser tötet ihn auch. Ja, bei Wasser war das ja bei dir genauso, oder? Wenn ich mich nicht irre. Seife, Seife, was ist Seife? Seife, was ist Seife? Ist Seife ein Instrument? Wow, wollen wir dich eigentlich alle verarschen? Rede ich gar nicht. Ich nicht, ja. Danke. Wenn du mich verarschen, so rede ich doch nicht. Alter. War das hier bei uns, ne? Der hat uns nicht gesehen, alles gut. Ja, dich nicht. Aber mich. Jetzt hat er doch uns gesehen. Ja, macht nix. Ja, wirst du. Ja, das ist ein bisschen toll. Gut. Ja, der hat mich gesehen. Äh, Galio, okay. Ja. 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 Wohl da. Ja. Ja. Das ist echt immer wieder dasselbe. Ganz ehrlich, den installier doch. Was ist das denn? Den installier am besten direkt gleichzeitig noch dein Leben mit. Dann freut er sich. Ja, Minecraft. Minecraft Leben. Baut man eigentlich mit dem Boy Taxpeed, wahrscheinlich nicht, oder? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Kommer. Ich meine, man bekommt halt Bonus-AD, wird eigentlich ein Not-Badass. Alter, ich hätte ne Ult. Painful. Painful? Aber die bringt mir halt da nichts. Das hat das Ding. Und. Bam! Man nennt mich auch den Schnapper. Oh. Ich meine, was denn ab, Alter? Ah! Der ist völlig warm. Oh! 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 Roadman kommt! Just saying. Ach so! Äh! Galio kommt auch runter! Oh! Holy fuck! Yo! Tschüss! Ja! Renn mal durch den Slow-Fan. Ja ich sag ja. Ist glaub ich nicht so praktisch. Komme! Oh nein! Bam! Bam! Bamm! Alter, der macht ja richtig. Also Laura kriegt ja Damage. Ja also Laura kriegt ja Damage. Oh! Ich komme! schaden des todes die hat echt der wurde es gerade hart rasiert laura heftig 77 bonus ad hat ich hab 250 ad das ist halt echt sick ich glaube der max tatsächlich den weißt nicht mal wie man skillshot schreibt warte mal das problem ist man kann mit der ulti wirklich nur ein champion treffen der grüß alter rippen macaronis bitte mal hier mit der vision geben was hier ist übrigens er ist echt bass ich gehe mal aufpassen massi ist halt echt so ein richtiger kontakt gegen meinen weil du hast kein dash du hast halt nur den slow und wenn du ja das so bringt die halt gegen den master gar nichts da muss halt groß mitnehmen was recht ja jetzt wurde sagt ich muss halt mal groß mitnehmen was einfach mal groß mitnehmen wenn ich da noch helfen bin ich nicht ein fucking good boy wie kannst du denn den kill da kriegen mit sunfire oder beziehungsweise sunfire man ja damals war sunfire meinte nicht wegen dem namen vom item sondern eher wegen deiner aussprache sunfire gut als tz funfire ich komme aber das hilft halt nicht das ist gar nicht weil sie erst mal aufgedreht Wo ist er hin? Auf den so. Keine Ahnung was er gemacht hat. Das fand ich lustig. Galio ist just saying hier. Müsstens aufpassen dann, ne? Ja. Komm ich jetzt hoch. Bäh. Schön vorbereitet von Laura. Aber gibt's keine Props an Laura. Nice. Hinter euch Galio, ne? Aber weiß, dass sie's gut gemacht hat. Tschüss. WTF, Alter? Verdammter Flash. Tschüss, klar. Danke. Da hat aber jemand viel American Sniper geguckt. Ey, warte mal. Du weißt ja gar nicht, was da für ein Delay drauf ist auf dem Spell. Ja doch. Das ist awesome. Alter, wo kommt der denn wieder her? Oh Gott, dieser Rita Champion, ne? Oh Gott, ich kotz ab, ey. Ah, ey. Der kotzt mich an der Champion, ey. Der macht halt wirklich nicht mehr als er zu drücken und rechts geht rein. Und fickt mich damit weg, ey. Klassiker. Äh, Will, I'll be damned. Der ist ein Idiot, Alter. Was war das denn für ein Vollidiot? Warte. Der hat ernsthaft geultet, während du in deinem... Wir sind jetzt installiert doch einfach mal. Was hältst du? Nein, ich installiere nicht. Autotacken, 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 Autotacken. Autotacken. Du kriegst Life Leach. Oh Gott. Mate. Klar, mach was. Tu was für dein Geld. Welches Geld? Ich dachte... Oh, lol. Balanced, Alter. Der Pirat, ey. Hä? Was? Du kannst es schaffen. Uff. 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 Nein. Lol. Alter. Und der überlebt, Alter. Der Bart, den ich so übelst episch weggesniped hab. Laura. Do it. Do it. Just do it. Da ist er. Ullt. Fick ihn. Jawoll. Auf Laura kann man sich nicht verlassen, ey. Nein, die können wir ficken. Trif'n dead. Was auf diesen Longshot, ne? Der Snert, oder was? Boah, ich brauch halt echt nur 8 Jahre für den Barrelentrack. Der Critted. Der Longshot, der hält fest, wenn jemand ein Damage Spell oder einen Angriff auf den Gegner gemacht hat. Alter, es ist echt nicht so leicht mit dieser Ult irgendwas zu hitten. Alles klar. Sohle. Wie hab ich auf die Eier. Ach ja. Ursula. Tschüss? Bööööööööö. Böööööööööö ... Haun rein. Bis dann. Tschüss. es ist halt wirklich also skillshot technisch sind sie so solche vollmöwen alter die katze halt echt easy wegrippen der djinn macht so viel schaden man wenn du ein paar items hast ich meine ich bin erst minute 20 und ich habe 360 ad das ist halt übelst weg man aber dafür können die jetzt auch nicht klicken weil ich nicht so als würde ich kein schaden weil da kriegst du musst sie angewöhnen auf jeden fall auch zu attacken wenn der militär in die dritte steht er und du den einen hit mit dem items dann fix du den mit 14 kills hey macht man mit 14 kids der mensch dessen back du kannst der ex genau ist ganz gut auf also ich glaube immer den champion sich ein bisschen eingeübt hat ist er echt sick das gute ist halt man bekommt halt so nah als bieter immer wenn man krittet bekommt man den speed für zwei sekunden und das ist halt übel sick das sind mal eben 27 prozent move und speed ist ja ja das war einfach so nieder mich immer weg geschlitzt hat elber gut wo du auch stehst das ist ja es war nicht so wichtig es ist wichtig dass die spieler erzählen dass das scheiß das ist ja auch die erzählen dass wir die tüten müssen ist da technik ist ähnlich gut ist der eigentlich ist bei mir oben hat er die hitbox von dem spell ist aber auch irgendwie minus bilder nicht rein gehen wir nicht rein dauer die ist halt miss kommt jetzt hier kommt einmal rein und kriegt uns weil kein damage alter der spell ich fress eigentlich nicht alles momentan wir müssen mein geld schnell ich hab grad den vorn bekommen ich darf nicht rein jetzt darfst du ja jetzt weiß ich auch schon so weiter oh gott ich hab die getötet die gut gemacht hat meine ulti hat gefühlt irgendwie null damage gemacht und das hat sie auch wirklich weil ich nichts getroffen habe außer den letzten schuss der letzte schuss hat echt aber wir können beenden sollen wir eigentlich beenden oder könnte eigentlich auch beenden jetzt ne ich weiß nicht ich tank wohl auf jeden fall wir können aber auch versuchen jetzt mal zu beenden ne wenn Claire das sagt dann lass mal nicht Puh Puh war auf jeden Fall ein schöner Cue Danke das war mal wieder von einer weiteren Folge League of Legends bitte danke Wow äh gut Leute schreibt mal in die Kommentare was ihr von Jyn haltet ich finde ihn auf jeden Fall ganz äh lustig ich denke man muss ihn ein paar mal gespielt haben die Ulti hat halt doch relativ krassen Delay also man muss da wirklich schon ein bisschen vor zielen aber wenn man jemanden einmal getroffen hat dann ist er ja geslow also wenn er kein Dash hat kannst du den eigentlich auch fast immer treffen dann und ähm ja bisschen unmobil das ist halt das Problem ich denke mal das wird in der jetzigen Meta echt ein Problem sein weil du halt sehr sehr viele Mobility Champs hast und äh dann sehen wir uns zum nächsten Mal bis dahin haut rein